Neulich hat irgendjemand unter ein Video von mir geschrieben, mit so bösen Emoji vorweg und dann dachte er, er gibt es mir richtig und er meinte, das Beste an ihr sind ihre Brüste. Und was soll ich sagen, er hat recht. Ich meine, habt ihr mal Brüste gesehen? Natürlich sind die das Beste an mir. Ich mache das regelmäßig, wenn es mir nicht so gut geht, dass ich zu Hause vorm Spiegel stehe, meine Brüste in die Hand nehme und mir denke, wenigstens das habe ich erreicht im Leben. Und es funktioniert. Das ist keine Beleidigung. Unter einem anderen Video meinte mal einer, da habe ich auf der Bühne über Menstruation gesprochen und er hat in die Kommentare geschrieben, dass er Blut an sich schon eklig findet und deswegen hat er ein Problem, dass ich darüber rede. Interessant war seine Konsequenz daraus, die lautete nämlich, ich steche dich ab. Und wenn du kein Blut sehen kannst, spar dir doch den Stress, so ist nicht nötig.